so 30 haben wir schon mal sobald das hier durch geschmolzen ist sind wir bei 39 eisen von 64 macht fortschritte macht fortschritte so eiser in der eimer so und ich glaube so langsam sollte ich mir auch mal irgendwas an futter produzieren wäre glaube ich eine ganz gute idee äh welchen acorns habe ich denn mehr als genug an sich clay clay werde ich nicht so viel brauchen so hier rösten wir uns mal ein bisschen ist ja auch noch mal achievement also hier ich finde auch gut cook any acorns und dann hältst du aber optim cook dirt acorn äh acorn toll naja so dann war hier erstmal so ein bisschen zeug ne ich finde interessant dass gerade resin das ist was fehlt ich finde interessant dass gerade resin das ist was fehlt kakaobohnen sehr schön und wenn ich das richtig gesehen habe warten dass kakaobohnen mit sticks drumrum ergibt von mulch ja sehr schön so so und wahrscheinlich wird der dann einfach abgeradet ja biofio natürlich ok mechanism crusher ja ich sehe ich sehe das ist nicht einfach mal ausgesprochen werden soll ich habe gerade was im auge und das ist uncool ok aber auf jeden fall haben wir jetzt erstmal ein bisschen mulch ja ach ja der mechanism crusher ok äh lava bucket gut steel casing redstone easy control circuit es geht es geht eigentlich es geht eigentlich es geht eigentlich ich habe es mir schlimmer vorgestellt sagen wir es so es ist nicht so schlimm wie gedacht es ist nicht so schlimm wie gedacht okay oh ich glaube ich krieg das echt nur raus wenn ich den kaputt mache naja so da kommt jetzt nämlich ein bisschen brauner mulch rein und dann wieder die beiden saplings du und du so ich brauche jetzt gerade auch nicht mehr hast mir gute dienste geleistet alles gebracht was ich haben wollte okay und an sich wollen wir jetzt nur hier noch mehr eisen produzieren um meine große kiste fertig zu kriegen das ist gerade meine oberste prio meine einzige prio für diesen stream eigentlich noch ich gehe jetzt deutlich schneller vor allem durch die blätter durch das bin ich gar nicht mehr gewohnt sehr schön das war schon mal eine ordentliche menge so und weiter hier mit dem eisen so 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 ehrlich im moment kann auch einfach die liefs nutzen für wasser fällt mir grad so ein und ganz ehrlich das 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 und das behalte ich mal bitte im inventar dankeschön so viel wasser viel 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 wasser okay so jetzt brauche ich hier nur irgendwie noch mehr eisen das passt auch sehr schön okay um wie komme ich hier eigentlich an diamanten diamond acorn ja klar wie auch sonst diamond sapling redstone sapling mit diamond acorn bzw gold lapis und silber ok ok kompletter ich werde fertig hier das eisen aber wobei ich kann nicht schon mal anfangen rauszuziehen dies passt ja dann schon ok so erstmal hier einen weiteren eimer einen eimer dort füllen einen eimer dort füllen glas natürlich nicht mehr hm so ähm scheiß drauf scheiß jetzt was drauf ganz ehrlich ja ist ne verschwendung aber was sonst das ist mir jetzt gerade so egal hier so sieht nicht vor nie die wir können dich nicht in eine andere richtung gedreht haben als das die so okay irgendwelche blätter es gibt immer sugarcane seeds okay warum auch immer hey ist mir egal ich hinterfrag das nicht so bräuchte die chest jetzt eigentlich erst mal nicht okay gut gut ich würde sagen wir haben hier erst mal einen ganz passenden anfang so äh habe ich noch irgendwie zwei saplings mit zwei iron saplings viele habe ich hier noch ja passt passt einfach um die vier einmal wasser voll zu kriegen gut 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 dann wie viel haben wir hier drin vier ingits ich werde mit sehr hoher wahrscheinlich hat auf screen also auf stream noch ein paar noch ein bisschen ressourcen farmen und so bevor ich dann das nächste mal wieder streame werde eventuell die base auch ein bisschen aufhübschen bisschen aufräumen und so und ähm danach sehen wir dann weiter ist jetzt erstmal so mein plan gut dann danke ich euch an der stelle fürs zu sehen das soll es für heute von meiner seite aus gewesen sein und dann schauen wir nochmal mal nein 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 Vielen Dank.